Ein 11 zu 1 Sieg gegen Schwenningen ebnete den Weg in die Oberliga. Mit Heinz Weisenbach an der Bande holt der MERC den ersten Titel nach Mannheim. Mannheim schreibt Eishockey-Geschichte. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ladies and gentlemen, welcome to Mannheim. It's hockey time. And now, let the party begin. And let's get ready to rumble. Mark! Untertitelung des ZDF für funk, 2017